Herzlich Willkommen zurück zu Sky Alpine Racing 2007. Mein Name ist Glabur und wir hatten letztes Mal Training, da habe ich es vergimmt oder ich weiß nicht, wo ich die 100 Meter erreichen soll. Und wir gehen ab in den Wettkampf. Riesenslalon wieder, jawollah, jawollah, das könnte was werden, das könnte was werden. Wenn die Strecke auch so gut ist wie die letzte, dann könnte das was werden. Probelauf, jawoll. So, ab geht's. Und wir haben jetzt ja neun, da geht's lang, neun Anzug an. So. Das klappt ganz gut. So. Oh, das war knapp, das war knapp. Oh. Wer übernimmt erstmal die Führung? Boah. Da ist das Türchen. Und, 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 und. Er steht jetzt auf Rang 1, meine Damen. Jawoll. So schlecht sind wir gar nicht mehr. Was jetzt die Bindungen und so waren, keine Ahnung, auf jeden Fall habe ich es jetzt so langsam raus, wie ich es wirklich machen muss. Zumindest, Riesenslalon-Abfahrt kriege ich hin. Äh, der normale Slalon war letztens mal sehr schwer. Vierter Platz. Zwei Sekunden. Uiuiuiuiui. Das war nicht so berauschend dann in dem Sinne. Der größere Abstand zwischen den Toren erlaubt wesentlich größere Geschwindigkeiten als... So, 88%. Das war auf jeden Fall schon mal ein besserer Start. So, und jetzt probieren wir hier eine Top-Zeit runterzudrücken. Jawoll. Nur das mit diesem Geist, das geht mir ein bisschen auch für Nerven, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich habe das aber auch jetzt vergessen, das auszustellen... Oder ob man das überhaupt ausstellen kann, hoffe ich. Da werde ich nochmal gucken. Nachdem du dich ja mit Hermann Mayer so gut verstehst, warst du denn eigentlich schon mal bei ihm zu Hause? In Flachau? Nein, leider noch nicht. Obwohl es ja nur 70 Kilometer von Salzburg weg ist, wo ich viel zu tun habe. Ach, voran liegt es? So, er hat mich einfach noch nicht eingeladen. Ja, kommt vielleicht noch, ne? Oh Mann, ey Leute, ich muss mich wirklich konzentrieren. Ich will hier keinen Bock missbauen. Ja, 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 ja. Damit belegt er fürs erste 1. Jawollah. Jawollah, jawollah, es klappt so langsam. Man gewöhnt sich da sehr schnell dran. Höchstens 120 kmh. Genauigkeit gut, okay. Ganz okay. Vierter Platz, naja, nicht Weltklasse. Aber ich bin schon überlegen Ob wir das nächste Mal nicht beigehen Und werden uns einen besseren Trainer besorgen Der Riesenslalom vereinte Elemente aus Lalom Weil der ist nicht mehr Ja der beste kann man so sagen Oder ausreichend Kommen wir jetzt aber hier schneller Jetzt probieren wir es Jetzt gehe ich mal volles Risiko Leute Scheißegal Oh da musste ich aber rausgehen Sonst hätte ich die Kurve nicht gekriegt Da bin ich im falschen Winkel In die Kurve gegangen Nein Oh nein Ich habe gedacht das würde noch gehen Leute Nein Nein Verdammte Axt und Zugenäht Boah da brauche ich ein Stück Kaffee Nein Ach Fuck you Echt Und das war so geil man Ah ja Ah leck mich So ein Mist man Ich wollte unbedingt jetzt Volles Risiko gehen ein bisschen Ah so ein Dreck Sie haben die letzten Wettkampf Als 30er beendet Dafür gibt es nichts Ja Meisterschaft Als 30er beendet Leider gibt es dafür keine Prämie Sie haben den Sohn Eines wohlhabendes Unternehmers Nachhilfig im Skyfahren Des Bengel Vollkommen um Begabt Doch für 2000 Euro Nahmen sie einige In Kauf Geld Plus 2000 So den Wachser werden wir behalten Das reicht erstmal Wachsen ja Aber wir werden uns Einen neuen Trainermarkt Da Aussuchen Wir haben ja jetzt den hier Der kostet 1500 Boah da macht man ja fast gar kein Plus mehr Der kann die Kraft aber nicht so gut Ne Unser ist gar nicht schlecht Weil der macht Kraft Und ich glaube Kraft ist mit das Wichtigste Oder halt Technik Der macht Technik gut Aber Kraft halt scheiße Und der macht die Kraft gut Ne wir werden Ich werde den doch Behalten Ich hätte gedacht Es wird vielleicht besseren geben Extra Training Rasanter Abfahrt auf der schwarzen Piste Wehe wenn sie stürzen Fahren sie schneller als 140 Springen sie während der Abfahrt Weiter als 48 Meter Also ich muss 48 Meter springen Und die 140 kmh erreichen Okay die 140 kmh erreichen wir gleich beim Start Ach du Scheiße Wie was für ein Nebel Jaja ich bin auch auf der schwarzen Piste Die erste Kurve war schon mal völlig scheiße Das weiß ich Hier sind wir oft genug gestürzt Das war schon mal nichts mit 48 Meter Ich weiß noch nicht wo ich hier springen soll Diese kleinen Bodenwellen hier Die hauen ja auch nicht hin Das wahre raus Oh da Da könnte man springen Und Ne Da auch nicht Eui 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 Also bis jetzt gibt es hier keine große Bodenwelle Wo ich wirklich mal jumpen könnte Ui Ja da war an der Kante ein Häufchen Ein Häufchen Hehehe Hat einer ein Häufchen hingesetzt Hier runter zu kommen ist bei dieser Piste schon ein Erfolg Eui 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 Ooooooooh Ja Ja aber wo kann ich hier jumpen man Jede Wette Der wird heute Abend jeden einzelne Knochen im Leib spülen Ah hör doch auf rum zu quasseln Mann ich brauch hier nen Sprung Ja 41 Meter leider nur Leute Ja da hätten wir ganz links fahren müssen Dann muss ich bemerken Schade Schade 41 Meter nur Ach man ey Ne 41 Meter 48 Meter hätten wir gebraucht Die 140 kmh hatten wir glaube ich Leider konnten sie die Aufgabe nicht erreichen Ne wir haben sogar nur Mehr als 39,6 kmh waren nicht drin Fahren sie das nächste Mal schneller als 140 Also uns fehlt 0,4 kmh und 7 Meter Ja kann in dem Sinne noch am Tempo liegen Also an Anziehsachen in dem Sinne Und aus dem Grund gehen wir nochmal in den Shop Bindungen haben wir letztes Mal gekauft Was sind denn Platten Okay Das bringt nochmal Geschwindigkeit ohne Ende Guckt euch das an Wir haben hier 30 Wenn wir die kaufen kommen wir auf 50 Die kaufen Kommt Leute Kaufen Ja Und Space Taste zum Anziehen Jawohl Nochmal 25% mehr Geschwindigkeit So sollte das sein So dann haben wir jetzt auch wieder genug auszugeben Wettkampf Was haben wir denn jetzt hier Slalom Oh 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 Das ist schwer Das ist schwer Das ist schwer Slalom ist schwer 84% das geht Stanger belegten 2005 gleich drei Österreicher die vorderen Ränge im Slalom Wettkampf Da siehst du es einmal wieder Er verschenkt wirklich keinen Millimeter Wir sprachen gerade von Hermann Mayers Heimatstadt Flachau Er lebt dort ja seit seiner Geburt oder Ja ja Das ist ja ein herrliches Fleckerl Vor allem für Skifahrer Ja wer dort geboren ist dem liegt das Skifahren im Blut Ja das ist wohl bei allen Österreichern so oder Ja Für mich und für den Hermann stimmt es ja volle Fälle Heilige Maria Leute Ja wenn er das Ding so nach Hause bringt Dann kann er wirklich zufrieden sein Oh das haben wir Dritter Platz Naja das geht schon Aber wir haben letztes Mal den Probelauf auch gut geschafft Und danach haben wir abgeschissen Aber es klappt so langsam Wahnsinn Klappt es Es klappt es klappt es klappt Oh ich bin ganz hebelig und nervös Dreitens hinterher sind wir sogar nur geworden Oh 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 Da müssen wir noch ein bisschen schneller werden Das Dorf Ja erstmal hier Perfekten Start Oh nein man das kann doch nicht sein du blöder Parktrenner Oh nein man das kann doch nicht sein du blöder Parktrenner Das kann ich nicht sein 48er und wir haben leider den Wettkampf ausgeschieden Leute Nein man das kotzt mich gerade an Im Probelauf so schön runtergefahren Ja zwar nicht Weltklasse aber halt runtergekommen Mann man 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 ey Ja als 48er sie haben die Meisterschaft als 48er beendet Ja gut Ja beenden Ja ja beenden Sie haben die Gesamtwertung als 13. erreicht Dafür erhalten sie leider keine Prämie Okay Ja Karriere natürlich weiter hier Äh Neu Dürfen wir jetzt schon in die Amateurliga Nö wir müssen nochmal die Juniorliga springen Oh man ey Teilnehmen Da waren wir wohl zu schlecht In der Juniorliga Ja gut dann gehen wir wachsen Diesmal Äh Wachs Wachsermarkt Wir haben gar keinen Wachsermarkt Wo ist er denn Ja wir bleiben bei dem Der hat Gute Leistung gemacht Äh Wachsen Bestätigen Training Trainermarkt Und wir nehmen auf wieder den Selben Ja Und dann Extra Training Was müssen wir diesmal Rasanter Abfahrt auf der schwarzen Piste Springen sie während der Abfahrt Weiter als 100 Meter Das brauche ich gar nicht machen Leute So leid es mir tut Das klappt eh nicht Wir probieren es einfach Ich weiß nicht wo wir das machen sollen Neue Programm meine Damen und Herren Der Wettbewerb auf der schwarzen Piste So Ab geht's 41 Ja das war nur 2 59 Meter Und da hätten wir das glaube ich Irgendwo da wo der Da kann man das glaube ich rausholen Oder halt So wie bei Skispringen Manche Herausforderungen sind einfach am Anfang noch nicht zu schaffen Wer bremst Verliert Der Sprung war in Ordnung Noch keine Weltklasse Aber in Ordnung Das war okay Auf jeden Fall können wir schon komplett In der Hocke hier runternageln Ohne Probleme Aber halt die 100 Meter erreiche ich nirgendwo Also Keine Ahnung wo ich mir die Holen kann die 100 Meter Oh Mann ey Ist vielleicht schon müde Hier auch nicht ne Ja Ja Also Noch keine Ahnung wo ich die 100 Meter erreichen kann Aber die werden wir irgendwann auch noch finden Die Stelle Auf jeden Fall Nicht aufgeben sage ich immer Jeder kann alles schaffen Nur irgendwann So Ja Damit sage ich dann auch wieder Ja wir haben jetzt erstmal das extra Training leider nicht geschafft 59 Meter war das höchste Äh das meiste Wir werden auf jeden Fall trainieren So Jawohl Die Kraft ist wieder gestiegen Technik Alles in dem Sinne wieder gestiegen So Und damit sage ich Vielen Dank fürs Zuschauen Bei Sky Alpine Racing 2007 Mein Name ist Glabur Und ich hoffe es hat euch wieder Spaß gemacht Sorry für den Slalom Dass ich ihn wieder verschissen habe Aber bis denne Ciao wie lau wie Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal